Guten Tag. Heyo. Ich hab mal gedacht, bevor wir jetzt direkt wieder rein starten, bleiben wir noch mal kurz im Pausebildschirm. We say hey hey yo. Denn ich glaube zwei Schallfiguren kriegen gleich aufs Maul. Heyo. Heyo. Okay. Sind sie bereit? Heyo. Hallo. Die haben doch bestimmt irgendein Angriffsmuster. Oder auch nicht. Ich glaub der springt einfach genau dahin, wo man... Oh lolololol. Oh Bauern. Bauernopfer. Ich prügel mal die Queen ein bisschen. Oh gut. Aua. Die Dinger die spawnen, haben dann quasi deren Range als Angriff irgendwie. Oh? Selten sind Springer, dann rennen sie einfach nur durch. So, das ist egal wie wir drauf prügeln. Oh, die Ulti macht gut Schaden. Oh, achso das ist dein Freeze. Ein bisschen Angst bekommen. Oh, ich bin tot. Keine Ahnung. Ich wurde weggebasht. Äh. Bin da. Okay. Okay. Der Bauer lässt einfach Stellen verschwinden. Na. ULTI. Was? Weg. Rot. Ist schlecht wie ein Rücken, was ihr da macht, Jungs. Vielleicht solltet ihr ja ein bisschen Sport machen mit Ringfit. Was? Lol. Werbung. Lass den Elefanten in Ruhe. Warum hat er keine Handeln? Du musst in die Nase tröten. Sprich Freund und trete ein. Oh, oh ja. Ich erinnere mich. Ähm. Weird. Null. Tot. Du musst beide rechtzeitig drücken oder du musst nett sein, während du's machst. Wir sind nicht so. Wollen wir die Dessertel töten? Ich weiß nicht. Warte mal. Warte mal. Das ist richtig. Ich colorcoded dem. The opposite way around. The fool intruders. What? Worked? Right? It's actually very smart, wenn du denkst. Yeah, really smart. Es stirbt jetzt auch wieder, oder? Ja. See? Oh. Still lost my outfit. Oh my god. Ich bin fast so. wie man sein outfit verliert die macht eine teeparty der süße öhrchen ich lache wenn sie gleich übel böse ist oh ist sie süß tötet nicht elefanten mh 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 Kann sie sich nicht totstellen? Lass doch den Pfinden in Ruhe. Der Pfinden in Ruhe wird witzig sein. Oh nein! Schau! Schau! Oh Gott! Vielleicht solltest du auch demjenigen, den du töten willst, nicht einfach vorher sagen, ich will dich töten. Das ist so eine Taktik. Loll! Okay. Loll! Von dem Deutschen, so trötet der Elefanten mal. Ja. Hauptsache den One-Liner irgendwie übersetzen. Lass doch mal den Elefanten in Ruhe. Wir sind jetzt... Achso. Müssen sie grubeln. Loll! Ja, das ist richtig. Ich hab's gesehen. Kommt ihr nicht einfach vorbei? Ach nee, es fährt wieder nach vorne. Ja, ja. Okay. Kommt doch bestimmt gleich wieder hier vorbei. Ja, aber nicht da. Nicht? Ich bin schon ein bisschen auf dem Weg. Dann ist doch dieses pinke Licht da vorne. Hi. Lass den Elefanten in Ruhe. Lass den Elefanten in Ruhe. Ich hab irgendwie das Gefühl, die zerreißen die jetzt. Oh no! Stop! Don't do this! Don't kill the Elephant! Oh. Ich will das nicht. No! Oh, der Fuß! Und diese... Diese weirde Musik noch im Hintergrund dabei. Das macht mich so traurig gerade. What? Aber reicht das nicht, um Rose traurig zu machen? So von wegen, mein Spielzeug ist kaputt so ein bisschen? Müsst ja eigentlich... Okay, beschleife sie einfach um. Alter, was ist denn los mit euch? Ich will das nicht tun. Was ist denn mit denen? So, ja. Ja, werde ich. Oh, sie blutet einfach. Ja! Lass das! Ich will das nicht machen. Nein! Wow! Wir müssen das tun, um das Spiel zu spielen. Aber ich will nicht. Ja, stich uns ab. Ja. Okay. Oh! Oh nein, jetzt reißt auch noch das Ohr wahrscheinlich ab. Oh Mann! Das wird einfach nur viel schlimmer. Okay. Oh Mann! Ich will das nicht machen. Oh nee, nicht das Ohr! Oh. Oh! Es ist auch einfach alles, wie es schlimmer wird, so nach und nach. Nein, halt dich nicht fest. Nein! Okay. Oh nö. Oh nein, nicht so long lives the king, Alter. We're really sorry for this! Okay! Oh ne man! Ernsthaft! Könnt ihr das bitte lassen? Oh man! Ne! Ach ja! Goodbye! Goodbye! No! Sie repariert sie. Nice! Nicht weinen, reparieren. Oh nein, cutie! Poor cutie! I'm sorry! I'm so sorry, you hurt yourself! Nein! Du kannst sie reparieren. May, I think it's working. Ja, aber das bringt nichts. Yes! Yes, she's crying! Es geht nicht darum, dass sie weint. Es geht darum, dass ihr wieder zusammenfindet, ihr Potzen! Ja. Before she stops! This way! Come on! Wir wollen erstmal die Tränen aufsammeln. Aber das werden sie jetzt merken, dass das nichts bringen wird. Oh my gosh! Oh my gosh! He's been gunning! Oh my gosh! Alter! Was ist der mit denen? Einen Schweine. Und mein Tewi-Tewi-Tears, alter! Woo! Erstmal die Tochter zum Weinen gebracht. Gemeinsam, als Team. Tja, fühlt ihr euch jetzt schlecht und schmutzig? Zehn Jahre kriegt er jetzt dafür noch in der Gestalt. Nee, so funktioniert das nicht. Das Buch hat euch erklärt, ihr müsst zusammenfinden. Nee, nee, nee. Bleib mir allein, es ist vorbei. Ich denke, es ist ein Buch von Rose. Listen, ihr Mom und Dad, ich bin sorry, dass ich das gemacht habe. Was? Ich weiß, wie alles gut machen. All you have to do is, I think this is it, this is the answer! Go on, how do we break the spell? All you have to do is, whoa! Not so fast! Hey, give that back! That's our letter! You're not ready for it. To learn this letter, you must work together. You must fix your election! Der geht mir auf den Sack, der Typ. Ja, aber er sagt es auch immer wieder und die hören einfach nicht zu. Aber sie arbeiten ja im Grunde zusammen. Sie haben zusammen den Elefanten getötet. Hm. Hm. Not die Weiß. Oh, you thick-headed book! Molly! Molly. It's time! Ihr habt unnötig euer Kind zum Weinen gebracht. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Oh, kann mal jemand die Kleine in den Arm nehmen? Wie sie einfach ihr Kind ignorieren. Ich bin ganz schön angenervt von denen. Ist das jetzt Paartherapie? Ja, hoffentlich. Ich hoffe, sie leiden. Okay. Ja, okay, alles klar. Dr. Hakim's Couples Therapy! Prepare for the rollercoaster ride of your life! Give us... The water! Bravo! You refer to us instead of me. You're a team now. We're not a team. We don't have time for this. Time? Good man. That will be our first topic. Aha! Now, do you give each other enough time? Okay. You know what? We actually... We don't. Yeah, because... She is never at home. Excuse me? I'm working for both of us. I can't be in two places at the same time, can I? Oh, unless you want me to clone myself. Clone your... Oh, please, don't be ridiculous. You think time is limitless? That's ridiculous. You have no sense of time. Aha! Cloning and no sense of time! Good insights! We're making progress already! Great! Get ready! Hi-ya! Woo! Okay. Weiß ich nicht, ob das jetzt die Schlussfolgerung war. Lohnen. Mm-hmm. Wo sind wir jetzt? Oh, wir hätten uns echt das Dorf nochmal mehr angucken können, tatsächlich. Also den erkulten Keller. Hm. Hm. Warum? Warum? Hm. Zeit anhalten. We'll now be able to control time! Yahoo! Oh, look at that! Whoa! Dude. Ha, ha, ha! Ha, ha! Okay. Is that me? It's you, Andy. That's right! Oh! But as you can see, you're on parallel tracks, not connected to each other. You must follow these tracks and make them beat again! Remember that! If you succeed, you will be rewarded your first piece of the letter! Okay, wir machen jetzt Therapie und kriegen dafür Blätter. Where did he go? Okay. Ratten Uhr. Well, why do we need to follow those wooden dolls? The book said we have to make the two meat! So what? Okay. Let's just do it! We need Rosas Lecker to break the spell! So, okay. And off, there you go! Aua! Ich bin tot! Okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. Ah, okay. Ich verstehe. Kannst einen Klon da lassen, ne? Ja, aber wie? LT. So, ich muss halten und dann... Ja, und wie mache ich das mit dem Klon? Hä? 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 Da stand eben LT für Klon. Da lassen. Ich verstehe es nicht so ganz. Ja. Und wie steuere ich jetzt den Klon? Mach jetzt mal das Ding auf. Warte. Halten. Klon zurücklassen. Hä? Ja. So, meinst du, ich kann weggehen und... Ne. Also, wie soll ich den Klon steuern? Ich weiß nur, wie man einen Klon zurücklässt. Lass mal an der Tür direkt. Ach so. Das meinst du? Hier. Weil so ganz habe ich jetzt nicht verstanden, wie das mit dem Klon geht. Ja, und der steht... Ah, zum Klon teleportieren. Deswegen. Okay, jetzt bin ich drüben. Okay, ich dachte, der kann was Sinnvolles, der Klon. Also, außer teleportieren jetzt so. Was sagen, so doch mehr. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ich dachte, ich kann den halt was machen lassen. Also, im Grunde ist es nur teleportieren. Und nicht, ich kann klonen machen, wirklich. Du weißt? Geh mal da dran. Wo? An den Haken. Ach, da ist ein Haken. Und jetzt? Ah. Okay, und dann hier hoch. Okay. Ich sehe hier oben halt nichts, deswegen bin ich verwirrt. Müssen wir jetzt hier die Figur? Jetzt. Ach so, jetzt wieder weiter. Ja. Ähm. Hui. Ah, okay. Oh, fuck. Lass mich raten, das ist auf Zeit und ich hätte da einen Klon lassen müssen. Okay. Die waren runterverknallt. Hm. Da drüben ist halt auch noch ein Knopf. Ah, die Brücke ist auch wieder da. Ah, was ist mit dem Knopf da? Vielleicht kommst du über die Brücke dahin. Okay, der empfiehlt mir jetzt den Klon zurückzulassen. Geh nochmal zurück einmal. Ja. Wohin? Warte. Ja. Ah, okay. Jetzt teleportiere ich mal dahin. Ja. Schade. Warte. Lol. Hä, darauf kann ich aber nicht stehen. Ja. Hä? Ähm. Weird, warte mal. Ich lasse ihn mal trotzdem hier zurück. Also mit dem Klon finde ich echt schwierig. Ah, auf der? Der steht dann da drauf, okay. Ja, okay. Das hier darf ich. Okay. Jetzt kannst du hoch machen. Ich verstehe. Okay. Auf dem Kopf nicht, aber auf dem Ding hier. Weird. Muss man aber auch erstmal checken, ne? Ah. Ach, da hinten ist was aufgegangen. Irgendwer der Nachbarn macht gerade was, was lecker riecht. Okay, da können wir jetzt beide dann... Oh, that owl looks so... Oh. Ja. Okay. Hier sind die Figuren. Okay, da hinten ist irgendwas. Und... Oh. Ähm. Warte. Ja, ich bin tot. Okay, warte. Ich glaube, ich muss mich da drauf stellen und dann musst du loslassen, die Zeit, sozusagen. Warte, wo? Ah, okay. Ja. Und jetzt kannst du... Okay. Ähm. Okay. Jetzt kann ich hier einen Klon zurücklassen, okay? Und was bringt das? Dann bist du oben. Ah, okay. Ja, wild. Verrückt. Aber so meinte sie das doch gar nicht mit Klonen. Meinst du? Ich glaube, sie war da sehr akkurat. There we go. Ich war jetzt eher der überzeugte Klon, der auch was aktiv leistet. Hm. Und nicht einfach nur zum Teleporten. So, ziemlich viel los in der Kuckucksuhr tatsächlich. Ja, ja, das ist eine krasse Kuckucksuhr, ne? Hui. Noch eine Runde. Okay, was geht jetzt kaputt? Gar nix. Die fahren ja einfach nur rum. Okay, hier ist aber irgendwas. Kuckuck. Noch ein Kuckuck. Und dann geht da irgendwas auf. Okay, wir müssen die, glaube ich, alle aufhaben. Ja. Warte mal. Ich will mich hier hin. Klon da lassen. Ja, siehst du, der Klon bringt noch nicht mal, was das angeht. Jetzt teleportierst du dir. Ein bisschen Zeit haben wir nämlich. Ja. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ähm. Dann stellst du dich da hin. Hm. Und ich lande direkt da drauf. Natürlich. Alles geplant. Oh, was geht jetzt ab? Sie verschwinden, sie bonden nicht. Ja, toll. Oha. Richtig Bock auf die Reibe gucken gleich, ne? Die können wir jetzt sogar tatsächlich machen, denn wir sind am Ende. Nice. Während wir hier so eine hot. Märchenhafte Stadt sehen. Hogwarts. Doch, die Winkelgasse. Bestimmt. Okay, dann gucken wir vielleicht doch nochmal eine Sequenz. So cool. Aber, wo sind die schwarzen Figuren? Was? Haben wir sie schon verloren? Jetzt was? Es sind doch schon Schienen, Leute. Die kommen doch gleich irgendwoher. Ja. Oh. Ja, aber Essen muss auch sein. Schon. Ich habe schon versucht, ohne Essen auszukommen. Das geht nicht. So, apropos Essen, Reibekuchen sind fällig. Dankeschön fürs Zusehen. Wir gehen jetzt was Habe-Habe machen. Ich mache jetzt Reibekuchen. Reibe, Reibe. Wir sehen uns morgen wieder bei Eltex2 oder in einem anderen Video. Könnt gerne mal reinschauen. Gruppentherapie müsst ihr heute auch gekommen sein. Jo, stimmt. Müssen wir auch nochmal neu aufnehmen. Und ja, ansonsten viel Spaß bei den ganzen Videos. Viel Spaß an eurem restlichen Samstag und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.